Hallihallo Leute, der Wally wieder hier. Heute wieder mit... Snowboard Kids! Und ich würde sagen, wir nehmen heute mal das Alpine. Das war eine recht kurvige Strecke, aber ich hoffe, mit Slash kommen wir da trotzdem noch gut rum. Alpine! Alpine Level 2! Damit könnt ihr dann vielleicht schon ein bisschen besser um die Kurve fahren. Was genau das Level 2 aussagt, weiß ich auch nicht. Das sollte auf jeden Fall besser sein. Oh ja, das geht doch... Ich fisch nicht so einfach um die Kurve und das ist schon Spaß. Man merkt Alpine. Nein! Ja! Nein! Wirklich versuchen, möglichst eng die Kurven zu nehmen, damit es mich auch relativ weit raustragen kann zur Not... Wunderprächtig... Sehr schön! Hähm! Damit es sollte ich auch wirklichという eine Attacke entgehen. Ja... Eigentlich eine Attacke. Hier ist sie so radgefangen. Jaa, ich bin rumgekommen... Das geht ja richtig einfach. Nein! Na, wer sagt's? Sport hat mich sogar vor zwei Jahren griffen bewahrt. Oh, mit diesem kurvigen Part verliere ich Zeit. Wehe, den wir erwischen, ich noch vor Ende der Runde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, jawohl. Ding Dong! Okay. Jam und Tommy brauchen noch etwas. Aber Linda ist mir dichter für den Schienen, aber ja auch passen. Ja. 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 Das läuft bisher gut. Zu gut. Und reine die Abkürzung. Das läuft echt zu gut. Ich hab einen Modsabstand. Das ist Wahnsinn. Oh je, jetzt verschrei ich's hoffentlich nicht. So, dran denken, hier wieder nicht springen, sonst falle ich da wieder in die Grube rein. Jawoll. Mein. Ja, du bist ein gewaltiger Abstand aber eigentlich. Ich sag es euch, fänd ich mich jetzt in der letzten Runde wieder hier. Nein! Nein. Nein! 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 wir haben es geschafft dieses mal endlich jetzt haben sie uns doch zum schneemann gemacht am ende ich glaube slash hat früher auf mario gespielt der macht genau so ein spin jump mario in 30.000 mani kippen doch glatt mal shoppen gehen was sollen wir uns noch ein neues bord kaufen wir mal noch alpine level 3 und da probieren wir beim nächsten mal aus wie sich das mit nancy zusammen macht wenn ihr so gut um die kurven kommt gut ja und da würde ich ja schon sagen bis zum nächsten mal